hallo liebe leser freunde heute habe ich für euch den zweiten teil meiner material tests zunächst aber geht mein großer dank an euch für die vielen abos und die tollen kommentare ohne euch wie ich ein nichts ich hoffe ihr habt auch weiterhin spaß an meinen videos und wenn ihr wünsche oder ideen habt was ihr sehen möchtet dann würde ich mich freuen sie zu hören ich fange an mit filz da ich noch ein paar kleine reststücke filz hatte sind sie zum testen gerade richtig ich starte den gravur auftrag des lesers mit meinem logo der filz hat eine dicke von 4 mm dadurch ist es schon ein recht dickes stabiles und steifes stück um es zu unterlüften beim schnitt lege ich es auf ein paar magneten und damit es darauf nicht wegrutscht befestige ich es mit einem zusammengerollten klebestreifen klebe nach außen direkt von unten auf dem magneten mein filz ist kein naturprodukt sondern aus chemiefasern daher ist der geruch stark wahrnehmbar auch hier ist wieder große vorsicht geboten was giftige dämpfe angeht filz schneiden in lightburn habe ich mir einen abgerundeten rahmen um mein logo gelegt und starte den auftrag für den leser erneut mit den parametern für den schnitt bei den durchgängen sieht man gut wie der leser sich durch die faser arbeitet jedoch nicht genug um runterzufallen die geschnittenen fasern halten den abschnitt fest beim trennen lassen sie sich aber ganz leicht voneinander abziehen meine logo filzplatte ohne verwendung ist fertig der schnittrand wenn auch fusselig durch die gezogenen fasern ist gleichmäßig und sauber er ist in der ursprünglichen filzfarbe geblieben und nicht geschwärzt durch die hin und her liegenden hellen filzfasern wirkt das motiv etwas unsauber der auftrag der gravur ist aber ebenfalls sauber ausgeführt um sich das ergebnis besser vorstellen zu können die größe des drachenkopf ist 3,5 x 3,5 cm und die außenmaße der platte betragen gerade mal 6,5 x 9,5 cm für einen personalisierten untersetzer sicher ganz schick mit meinem handy habe ich eine vergrößerung gefilmt um euch zu zeigen wie das material verbrennt die fasern schmelzen zu vielen kleinen fast kugelartigen formen der unterschied zu filz aus naturfasern wäre hier wohl sehr stark leider ist meine aufnahme recht wackelig aber in der vergrößerung ist auch die kleinste bewegung schon ein riesen sprung meine parameter sind für die gravur 3900 auf 70 prozent leistung mit zwei durchgängen und für den schnitt habe ich 900 mm pro minute auf 80 prozent leistung mit fünf durchgängen eine schöne jeans mit abgeschnittenen beinen für den sommer ich habe die hose vorab am bein abgemessen und mit einem feinen bleistift den oberen mittelpunkt des motivs angezeichnet im laserbereich habe ich so gut ausgestrichen und mit magneten leicht auf spannung befestigt das zweite bein und der rest der hose habe ich nach hinten über den profilrahmen gelegt dann habe ich den laser kopf abstand eingestellt um die genaue startposition zu finden in lightburn habe ich die fire without burning funktion benutzt und auf meinen bleistift punkt ausgerichtet den startpunkt auf aktuelle position und die ausgangsposition auf mitte oben gestellt eine lehrfahrt zum test dann den auftrag nur mit dem buchstaben g gestartet den rest des logos vorab auf eine andere ebene gelegt und die ausgabe dafür deaktiviert um die hose nicht gleich kaputt zu brennen habe ich von meinen geplanten durchgängen erst eingemacht und danach den zweiten durchgang für den buchstaben g gestartet wischt man jetzt mit dem finger über den buchstaben entfernt man schmauch der sich auf der gravur abgesetzt hat mein buchstabe hat jetzt die stärke wie ich es mir vorgestellt habe in lightburn aktiviere ich die ebene mit den restlichen motiven und setzte den schon gravierten buchstaben auf keine ausgabe inzwischen ist das bisschen sonne weg und mein video ist ganz schön dunkel geworden der schmauch setzt sich ungleichmäßig auf dem motiv ab so wirkt die gravur recht unsauer unangenehme gerüche entnehme ich beim lesern nicht das motiv hat eine breite von 16 cm und die gravur dauert knapp anderthalb stunden hier mal einen blick in meine geöffnete laserhöhle aufgenommen von meiner überwachungskamera wie ich gelesen habe soll ein hoher anteil an synthetik bei einer gravur eine unsaubere färbung erzeugen bei einer jeans zum beispiel mit einem hohen stretch anteil wird die gravur somit schmuddelig je geringer dieser anteil umso weißer soll sie werden nachdem die gravur fertig ist sieht man recht deutlich wie die farbe abgetragen worden ist die färbung ist gelblich und spricht für den synthetikanteil um den schmauch und die färbung zu entfernen spüle ich die gravur unter fließend wasser ab nachdem die hose getrocknet ist ist das logo wie ich finde gut zu erkennen die kanten sind scharf und die intensität ist so wie ich es mir gewünscht habe die färbung ist ausgespült und mir gefällt da mich die frage mit dem synthetik aber nicht in ruhe lässt habe ich mir jeans stoff aus 100 prozent baumwolle bestellt und ich werde weiter testen meine parameter hier 2100 auf 17,5 prozent leistung mit einem durchgang und wer weiß vielleicht begegnet euch die hose ja mal mdf 4 mm nachdem mein materialtest für mdf so gut angekommen ist bin ich gefragt worden ob ich einen kalender für einen kindergarten daraus schneiden könnte nach montessori in lightburn habe ich mir dafür die benötigten objekte konstruiert ein kreis und einen ring außen herum der kreis wird in vier teilen für die jahreszeiten benötigt und der ring in zwölf teilen für den monat zunächst muss ich meine arbeitsfläche in lightburn ein wenig anpassen um die mdf platten in der größe komplett ausnutzen zu können die schnittmuster habe ich dann in einen hilfsrahmen in der größe der mdf platten eingepasst süße hasen hinzugefügt um die holzreste auszunutzen und in den ebenen die parameter auf 300 mit 80 prozent leistung und fünf durchgängen eingestellt um für alle bretter die gleiche exakt ausrichtung zu finden habe ich mir auf meinem magnetischen lochblech mit magneten anschläge und auflagen eingerichtet so brauche ich sie nur einzulegen und den auftrag starten zunächst habe ich den mittelsteg einzeln lasern lassen was mir aber nicht gefallen hat da dies eine kleine stufe am material hinterließ so habe ich die objekte wie am anfang gezeigt etwas auseinander gelegt die kreis ringsegmente sind fertig das schnittbild ist wie beim letzten test sauber und gleichmäßig der gesamtdurchmesser für diesen kreis beträgt 97 cm mich hat das ergebnis mehr auf die idee zur tischplatten herstellung erinnert als an einen kalender die vielen kleinen hasen können nun weiterverarbeitet werden und der kalender wird im kindergarten schön bunt bemalt ein danke für die schönen bilder material leder ein sehr dünnes stück leder einer alten jacke in den wildleder außen ein glattes leder habe ich mit einem klebefilm auf eine aluminiumplatte geklebt zum ermitteln der parameter habe ich mit einem einfachen rechteck angefangen und dieses dann schrittweise angepasst das gefüllte rechteck bewies dann noch mal wie dünn das leder ist und brannte gleich die ganze gravur raus was dann auch gleich die frage beantwortet hat ob man leder auch schneiden kann stückweise habe ich die geschwindigkeit und die leistung verändert für solche tests nutze ich keine kompletten gravur tests mehr die grundparameter kennt man da ist schnell der richtige wert ermittelt auch hier kann man den schmauch mit dem finger verwischen mit der letzten einstellung starte ich jetzt den auftrag des lesers es ist wieder mein logo was sonst unangenehme gerüche sind hier nicht wahrzunehmen die gravur ist sauber und auch wenn die kanten scharf sind haben sie durch die fasern des leders ein leichtes rauschen und weil es so schön war habe ich euch das wieder in der vergrößerung aufgenommen und hier eingefügt man kann schön sehen wie die kanten sich verhalten und dass die gravur im gegensatz zum filz nicht geschmolzen ist sondern die gleiche weiche struktur vom wildleder behalten haben material leder 2 das obermaterial vom wildleder ist glatt mit den gleichen parametern der rückseite verbrennt mir auf dieser seite das material und es entsteht ein loch ich wiederhole die gravur mit halber leistung mit dem lösen der klebestreifen löst sich dann auch brav die lederschicht das ergebnis ist unbrauchbar auch wenn die gravur sauber und gleichmäßig ist lässt sie sich mit dem finger ähnlich dem klebestreifen entfernen meine parameter für das wildleder 3300 auf 20 prozent leistung mit 2 durchgängen die glatte seite konnte ich maximal mit 3900 auf 10 prozent leistung mit zwei durchgängen gravieren acrylglas dieses ist mal wieder ein material für mich schwarzes acrylglas vier millimeter stark ich habe mir eine große platte aus dem internet besorgt und mir einen kleinen streifen davon eingelegt mit ein paar kreisen und etwas anpassen von geschwindigkeit und leistung habe ich mich schnell an die parameter heran getastet auch gravieren lässt sich acryl schön mein motiv diesmal wer hätte das gedacht mein schriftzug leistung ist schwarz für die aufnahmen sehr dunkel und man sieht nicht allzu viel ich habe das hier mal etwas heller gemacht aber dann rauscht das bild sehr der auftrag ist fertig und die durchgefallenen buchstaben liegen auf dem boden meines enclosers am negativen teil der platte kann man in der vergrößerung um die buchstaben einen kleinen blinden rand sehen auch wenn er mit dem bloßen auge kaum bis gar nicht zu erkennen ist die ausgeschnittenen buchstaben dagegen haben keine blinden flächen ich finde sie ziemlich schön bis auf meinen vom durchfallen zerleserten buchstaben g während der doch recht starken vergrößerung der buchstaben im video nimmt auch hier das auge am original die am rand sichtbaren einzelnen durchgänge kaum war es wäre aber zu überprüfen bei hellerem acryl zum vergleich der größte buchstabe hat eine höhe von 2,1 cm meine parameter hierfür 300 mm pro minute auf 80 prozent leistung mit sechs durchgängen der geruch beim lesern von acryl ist wahrzunehmen hält sich aber in grenzen ob das material giftige dämpfe abgibt sollte man immer abklären ich übernehme dafür keine garantie mein fazit die ergebnisse der materialien waren mehr wie erhofft beim filz würde ich gern mal ein naturprodukt als kontrahenten testen und meinen bestellten jeans stoff werde ich beim nächsten materialtest unterbringen die wildleder seite hat mir sehr gefallen ein sehr schönes ergebnis aber um bessere und aussagekräftigere ergebnisse bringen zu können benötigt man eindeutig stärkeres und besseres leder das werde ich auf jeden fall nachholen mdf ist weiter mein holzfavorit und acrylglas hat ein wunderschön sauberes und glänzendes bild auch wenn das material sehr kratzempfindlich ist ein tolles material ich hoffe es hat euch spaß gemacht und ihr habt ein wenig anregung gefunden für eigene projekte wenn ihr mehr sehen mögt freue ich mich über ein abo toll dass ihr zugeschaut habt bis zum nächsten mal dieke dragon küsschen